Hallo FreakyArmy, willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wenn ihr ein cooles Video aufgenommen habt, könnt ihr es mir mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne zuschicken. Dieses Video war ein Wunsch von... Biba, freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Schöne Grüße gehen raus an... Der Alltag. Stefan Vollmehr, NatursaberLive, Gamer0835HDUXJ, LeoFelizia, LeonGede, NuttKling, FeuerGamer07 und WiiUBoy. Vielen Dank für eure Kommentare, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Heute sehen wir uns die schlimmsten LKW-Fahrer der Welt gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat es der Fahrer überhaupt gemerkt? Oder ist ihm das egal? Der fährt einfach weiter. Genau deswegen sollte man die Kurve nicht so eng fahren. Das nenne ich mal falsch beladen. Das nenne ich mal falsch beladen. Das er damit noch fahren kann, wirklich nicht schlecht. Da sieht man mal wieder, wie viel Kraft dahinter steckt. Das ist wirklich krass. Wer hätte es gedacht, dass wenn Öl auf der Fahrbahn ist, dass man wegrutscht? Das passiert, wenn LKW-Fahrer so überholen, als wären sie Sportwagenfahrer. Warum hat er sich nicht reingetastet? Wenn ihr so etwas seht, macht den Fahrer bitte darauf aufmerksam, bevor noch etwas passiert. Das wird es aber auch nicht reingetastet. Und wenn es nicht reingetastet wurde. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Freunde, welches Video fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 2 am schlimmsten. Wieso überholt der überhaupt in dieser Situation? Der sieht doch, dass da jemand kommt. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.